Die Engel sind unablässig am Werk, Tag und Nacht, um vielen, vielen Menschen zu helfen. Sie helfen Menschen, die unter der Besetzung durch böse Geister zu kämpfen haben. Sie versuchen, ihnen beizubringen, wie sie ihr Herz mit Güte auffüllen können und führen sie vom Bösen weg. Sie versuchen, ihnen dabei zu helfen, Menschen zu finden, die sie zum richtigen Glauben führen können. Engel arbeiten auf diese Weise jeden Tag ohne Unterlass. Doch wahrscheinlich könnt ihr diese Engel nicht sehen. Weil ihr sie nicht sehen könnt, ernten sie nicht euren Dank für die Arbeit, die sie täglich in dem Versuch verrichten, euch zu retten. Das Wohlwollen, mit dem sie euch umgeben, verpufft unbeachtet. Gelegentlich seht ihr vielleicht einen Engel in euren Träumen. Möglicherweise hört ihr auch eine Stimme, welche die eines Engels sein könnte. Momente wie diesen könnt ihr erleben, wenn ihr euch einer religiösen Disziplin hingebt. Doch in 99% aller Fälle verstreicht das Tageswerk der Engel, ohne geschätzt zu werden. Bitte schenkt daher Gott und seinen Engeln durch euren Glauben Dankbarkeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020